Ja und das ist blöd. Was sollen wir denn anders machen? Einfach ein Haus bauen und friedlich leben! Ein Krieg! Ja und das ist blöd. Was soll ja und das ist blöd. Und dann ist es blöd. Frag ich dir wieder, alles Gute. Eins olhos Unger und kreisen. Wir sind glöd. 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 SZE G gustet. It's just a few of them, what do you mean for, does anybody against us? Take us a second, do you want now? Cause always screaming how we can be seen as everybody, I'm looking as long as we ever want Kiffle on fire, we rocked our bodies, I can't have time to crispy on fire She falls from our damn night close, we're on a single, as we see But always in our way, I keep it up, down, in the middle, cause we're a couple girls We're a couple girls, we're a couple girls Ich habe nie aufgenommen. Shit, shit, shit. Moin Leute zu der zweiten Folge von Minecraft. Wie heißt es? Lüge 3. Mit dabei ist der liebe Gamer A9041. Nein, da ist leider kein Elamos dabei. Ja, Elamos ist vorhin gestorben. Warum bist du noch da? Verpisst dich nicht. Nein, sagt es nicht. Der bringt sich ernsthaft um. Ja, Elamos ist vorhin. Ja, Elamos ist vorhin. Ja, Elamos ist vorhin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Juch, Alex, Alex, oh shit, hier ist noch eine Case, weil Alex, ich weiß, du heilige, rettet mich. Leute, hilfe. Ich kann mich nicht erlitten. Ich kann mich lange nicht erlitten. Ah, hier bist du. Juch, ja voll den Schöchtern. Wir sind sieben in Schächter aneinander. Ja, ich weiß, aber die können, glaube ich, doch, die können noch einen Block weiter. Töte und ich, ich baue dann ab. Warte mal ganz kurz. Fuck wem. Ah, ist da, da, da geht's, äh, nur noch so ein bisschen. Hier ist nichts. Alter. Ich höre nicht... alter. Ich höre nicht. Ich höre nicht. Komm nach unten, sodass du keinen Stern bekommst. Okay, passt. Haben wir eigentlich Regeneration an? Ja, du musst halt nichts machen. Wo bist du? Hier ist Lava. Wo bist du? Hinter dir. Ja, ich weiß. Aber ich habe gesagt, weil hier Lava ist. Sollen wir weiter? Nee, das ist nur ein kleines Stück. Weiter, gerade ausstehen. Aufpassen, ne? Hier, hier, hier nach unten, hier nach unten. Alex, hier. Wie viele Menschen hast du das denn hier? Ey, das hat gar nicht bei mir geladen. Das hat gar nicht bei mir geladen. Wie viele Menschen? Kommt. Ich habe es gesehen. Ich habe es weiter. Ey, das ist ganz tief. Das ist ganz tief. Das ist ganz tief. Aber wir müssen aufpassen. Case Spider. Ist er an dir? Na, bei der Truhe. Ich habe das noch nicht geplündert. Ja, plündern doch, Junge. Ich habe schon sieben Truhen geplündert. Vielleicht hast du schon geplündert von mir. Oh, das war da. Ich habe schon tausende Truhen geplündert. Ich kann das nicht öffnen. Brot. Shit, vergiftet. Ich werde von hinten attackiert. Attentat. Ah, ja. Ey, kommt mal bitte zu mir. Ich fühle mich so einsam. Ich war jetzt. Ich gucke hier. Da drüben war halt... Alter, hier sind so viele Cave Spider. Noch mehr Cave Spider. Zombie. Hallo, Zombie. Tschüss. Ich will dich nicht stören. Ich will dich nicht hören. Ich hoffe, wir sind kein Essen hier mehr, ne? Ich habe genug. Ich habe noch 120 Süßbeeren. Ich habe noch 8 Süßbeeren. Könnt ihr euch zu mir graben, bitte? Ah, ihr kommt gerade, okay? Sehr, sehr wenig. Siehst du das Licht? Ich habe hier geplaced. Hi. Hier noch unten. Ich glaube, ich habe die perfekte Höhe. Ich glaube, ich habe die perfekte Höhe. Ah, sorry. Alter, läuft doch nicht vor mich. Juch, auffassen. Auffassen, bitte. Habt ihr einen Wassereimer? Alex, hast du Wassereimer? Nein. Erlamos, hast du Wassereimer? Aufpassen. Ich habe eine Idee. Ich gebe Alex, das ist dein Wassereimer. Ich craft noch schnell zwei Eimer. Ich habe hinter dir entworfen. Ich dachte, das wären dir's. Lapis. Lauf doch nicht vor mich, bitte. Das ist meine einzige Bitte. Hier ist manches schon ein Papier. Wirklich? Sicher. Ich grab mich hoch. Alex. Wie machen wir das? Was? Ich mache drüben. Ich habe nur noch eine Eisenpiggis, ne? Nee, ich habe noch zwei Eisenpiggis, das erste. Ich habe sehr viele. Ich hasse gar nicht. Ich hasse auch, aber wir sind. Aber ich liebe. Achso. Der hat so eine Handküste. Ich habe aber auch noch eine. Das ist gut. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wir müssen wieder hier runter, wir müssen hier runter. Du willst mich wohl verarschen. Nein, ich wollte einfach nur eine bessere Cape. Ja, Alex, ich baue Kohle ab, ich baue Kohle ab. Ja, mach doch. Alex, Eisen, ich Kohle. Ich habe keine Fakke mehr. Alex, du lägst. Oder bist du stehen geblieben? Ah, nee, wir können wieder zurückgehen. Ne, Cape ist nichts. Kohle, Kohle brauchen wir. Die kühle Kohle. Ja, Kohle kannst du mitnehmen. Und ich brauche Essen von euch. 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 Komm nach unten. Komm nach unten. Keiner kann erobert mich. Ihr habt mich wieder verloren. Oh, ihr zeigt Kompassen. Wo geht's denn jetzt vor? Keine Ahnung, ich habe keinen Kompass. Ihr habt gesagt, ich soll keine machen. das hat er muss gesagt nicht ich war auf deine schritte okay alex hol mal bitte hier ich habe hier ein eimer gesorgt ich habe hier ein eimer gesorgt ich mache so lange hast du mir bitte wasser holen könntest mir bitte wasser holen okay könntest du dann ja da geht es bei ich will wartet man dann hast du ein kompass gemacht okay dann brachte ich lieber kein okay wartet mal kurze wir brauchen kurze eisen aber ich habe das ist hier sehr nah aber da da gibt es halt ein ding wie nennt man das in den moos und so dieses so wir bleiben ja eh zusammen er läuft nur weg der einzelnen wolf der creeper der einzelnen grüte auf einmal verlässt er kein bock mehr wir haben heute gar nichts gemacht wie macht man den kompass hilfe hallo ich habe das mit einem falsch und warte mal kurz alex ich kipp dir der restliche seien hier kann es haben wir müssen daran laufen da geradeaus wir müssen trot in der nächsten folge ich hab mut hoffen wir mal aufpassen okay ich weiß noch wo wir hier waren ich weiß noch wo wir hier waren sie waren für die jahre hier ist dann ist der mut sofort wieder weg ja warte kohle nämlich mit aus wir müssen gerade aus alex wir dürfen nichts anderes wir dürfen nicht anders herum gehen ja das war auch gut aber jetzt laufen wir zurück ja und das ist blöd machen was sollen wir denn anders machen einfach ein haus bauen und friedlich leben besser koge mache ich mit dem hausbau in den pvp projekten wir haben keine dios mache ich nicht wir können uns dann weiter nach unten graben her dann können wir doch die spieler mit wir können mit den handeln ja ist so wie ein iron gegen 20 die aus und dem jahr zu stil machen auf jeden fall lohnt sich das auch sonst sich gegen ein diag lohnt sich ja 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 ich letztens auch so getradet das war eine gute idee mit wem mit alex ja der will das wirklich mal gemacht water mlg oh mein gott alex meine zeiten hier im wassertod alles klar sie ist bärn mlg und konnte was zu produzieren ja meine königin hier ich sterbe ich sterbe ein und halb herzen oh mein gott ja ich bin fast an süßbären um um das ist ziemlich feindlich so will keine sterben ich hasse süßbären leute ich hasse süßbären leute das war es von dieser folge wenn es euch gefahrt lasst doch oben da alex wo bist du bis zum nächsten mal leute